Willkommen hier zu einem weiteren Let's Play. Multiplayer Europa 1, bin ich jetzt drin? Schauen wir mal was kann rein tun. Das Lenkrad muss ja nur einschalten, hab ich nicht eingeschalten. Ha! Na ja. So. 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 Mal drehen. Dann schauen wir mal hier was wir hier für aufdringend liegen. Schauen wir mal was wir da für einen Auftrag haben. Am besten was hier mit Schwerlast. So. So. Dann gehen wir mal hier hin. Das habe ich hier nicht gemacht. Aber hier ist ein Schwerlasttransport. Hochwertige Fracht. Ringende Lieferung. Hm. Ja. Nimm mal hier mal den Auftrag an. Hm. Ist es zwar nur ein kleiner Auftrag. Aber immerhin. Aber immerhin. Da bin ich da nicht dran. Woops. Aie. Ach. Mei. Hab ich noch. Vielleicht doch noch. Ah. Ah. Jetzt da. Aber nicht gut. So. Wo wird das andere Licht einschalten? Ja. Ich probiere mal das andere Licht einschalten. Ich probiere mal das hier hat alles eingeschalten. Okay. So. Dann geht es mal los auf der Reise. Für all zu viele Leute habe ich es. Was eben sind wir leider nicht auf dem Server in der Zeit. Das ist doch früh, relativ und wochentags. Das geht. Hm, super. Die Tour ist eh eigentlich relativ schnell, weil wir bei Blacktour sind so bei die 160 km Dann geht das relativ zügig voran Schaut jetzt mal das Gas steigen 2 Naja, hatte ich ja merken Habe ich nicht aufgepasst auf der Tafel Ich denke so fahre ich zügig und versuche halt in kein Blitze reinzufahren, aber passiert Ja, das ist so real hier die Die Straßen Einspurige Autobahn wegen der Auffahrt Das könnten die auch mal beim Update mal ausbessern Das ist meine Meinung Ich denke so 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 Das war ganz schlecht Da geht es ja fast 2 Spuren gerade aus Die Pfeifen und die Pfeifen Das ist ein Klappe Das ist ein Klappe Das ist ein Klappe Das ist ein Klappe Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020